So langsam kann ich gar nicht mehr zählen, wie oft ich Psychonauts schon durchgespielt habe. Seit seinem Release im Jahr 2005 hat das Teil nen Ehrenplatz in meiner Sammlung. Dabei galt Psychonauts lange Zeit als ziemlicher Flop, da halfen auch die starken Wertungen leider nicht viel. Erst im Laufe der Jahre sprach sich das Action-Adventure herum. Die Fanbase wuchs mit der Zeit und so wurde aus einem Geheimtipp schließlich doch noch das verdiente Kultspiel. Perfekt ist Psychonauts allerdings nicht. Damals wie heute hat das Spiel mit einer bockigen Kamera, einer oft hakeligen Steuerung und einigen Levels zu kämpfen, die sich gestreckt anfühlen, mit unklaren Zielen verwirren oder die einfach nicht so viel Spaß machen wie andere. Doch das alles verblasst einfach gegenüber den vielen grandiosen Ideen, die Psychonauts am laufenden Band abfeuert. Viele davon stammen aus der Feder von Tim Schafer, der schon mit Klassikern wie Day of the Tentacle oder Grim Fandango bewiesen hat, dass ihm gute Geschichten, kreative Welten und tolle Charaktere am Herzen liegen. Raz ist der Star in Psychonauts. Zu Beginn des Spiels ist der ehrgeizige Junge bereits ein begnadeter Zirkusathlet, wünscht sich aber nicht sehnlicher, als ein Mitglied der Psychonauten zu werden. Das ist so eine Art Geheimbehörde für hochspezialisierte Agenten, die sich ganz auf ihre mentalen Superkräfte verlassen. Um sich seinen Traum zu erfüllen, schleust sich Raz unerlaubt in das Ferienlager Whispering Rock ein. Das sieht auf den ersten Blick zwar ganz harmlos aus, dient in Wahrheit aber als Rekrutierungsplattform für künftige Psychoagenten. Fest entschlossen, seine neuen Lehrer zu beeindrucken, beginnt Raz mit der Ausbildung und stößt dabei auf ein dunkles Geheimnis, das nicht nur alle Kinder im Camp, sondern die Zukunft der gesamten Psychonautenzunft bedroht. Ich liebe diese ersten Schritte in Psychonauts. Double Fine inszeniert den Einstieg als einladendes Ferienidyll, in dem ich mit Raz nach Herzenslust die verschiedenen Bereiche von Whispering Rock erkunden darf. Dabei entdecke ich jede Menge Sammelkram, beispielsweise Kartenteile, mit denen Raz im Level aufsteigt, Kristallsplitter, mit denen ich mir im Laden ein paar Upgrades kaufen kann oder ich suche Gegenstände für eine Schnitzeljagd zusammen. Das macht unheimlich Spaß, weil ich schon hier Raz akrobatische Fähigkeiten ausprobieren kann und weil ich dabei auch auf zig verrückte Charaktere treffe, die sich in Whispering Rock rumtreiben. Ein völlig durchgeknallter Baut einer Armee übersinnlicher Todespanzer auf, um die Welt zu beherrschen. Und niemand kann ihn aufhalten, außer dir und mir! Oh meine Güte! Lass uns knutschen! Äh, was? Die Nebenfiguren sind allesamt witzig und sympathisch geschrieben und auch in der deutschen Fassung sauber vertont. Da kommt einfach sofort Stimmung auf. Außerdem entdecke ich bei meinen ersten Streifzügen durchs Camp auch ein paar Überraschungen. Zum Beispiel eine unterirdische Lore unter dem Baumstumpf, die ich dann als Schnellreisesystem nutzen kann, um Laufwege abzukürzen. Auf diesem Wege erreiche ich auch die geheime Kommandozentrale von Agent Krulla, einer lebenden Legende der Psychonauts. Der hat sich im Laufe der Jahre zwar seinen Verstand zerballert, steht mir aber trotzdem mit Rat und Tat zur Seite. Hm, du hast es endlich geschafft! Oh, dann hat er das Stück so missfällt! Ein kleines Buh tut's auf! So erklärt er mir beispielsweise auch, wie Raz in die Gedankenwelt anderer Leute eintauchen kann. Nämlich ganz einfach, indem man eine kleine Tür an die Rübe des Gegenübers klatscht, schon geht's ab in die Untiefen des menschlichen Geistes. Diese Gedankentrips nehmen den Großteil der Spielzeit ein und sind eine klare Stärke von Psychonauts. Jeder Level glänzt mit eigenständigem Design, unterschiedlichen Schwerpunkten und bunt gemixten Spielideen, in denen die Grenzen zwischen Plattformer, Action und Adventure fließend ineinander übergehen. Im streng geordneten Verstand von Agent 9 sorgt Raz beispielsweise für heilloses Chaos und jede Menge gefährliche Gedankenzensoren stürmen den Level. Um die Gegner zu beseitigen, teilt Raz mit Gedankenschlägen und Geistesblitzen aus. Das sind seine Standardangriffe, die meistens schon völlig ausreichen und das ist auch ganz gut so. Die eher unpräzisen Kämpfe sind nämlich keine Stärke des Spiels. Das gilt übrigens auch für die Boss-Gefechte. In diesen zwar immerhin ein paar nette Ideen geflossen, unterm Strich zielen sie aber klar zu den schwächeren Parts von Psychonauts. Zum Glück sind sie aber so leicht geraten, dass man sich nicht lange damit aufhalten muss und so mehr Zeit bleibt, die tollen Levels zu erkunden. Später geht es dann in die seelischen Untiefen eines mutierten Lungenfischs, der unglücklich im See von Whispering Rock haust. Seine angeknackste Psyche präsentiert sich Raz als weitläufige Stadt voller niedlicher Fischwesen, in der man dann in Godzilla-Manier herumwüten darf. Spielerisch zwar kein Glanzlicht, aber das gleicht die tolle Grundidee mehr als aus. Ein anderer, besonders schöner Level katapultiert Raz in die Psyche eines Mannes, der ein inneres Duell mit Napoleon ausfechtet. Liebevoll dargestellt durch ein Brettspiel, in das Raz einfach hineinschrumpft und wo er dann verschiedene Aufgaben zu erfüllen hat. Es müssen Spielfiguren rekrutiert, Hindernisse beseitigt und Rätsel gelöst werden. Das geht zwar nie in die Tiefe, ist aber einfach eine tolle, stimmige Abwechslung. Der bekannteste Abschnitt ist aber sicherlich der Milchmann-Level. Hier lernt Raz einen bedauernswerten Wächter kennen, der sich zutiefst vor Spionage und staatliche Überwachung fürchtet. Seine Paranoia manifestiert sich als US-amerikanisches Kleinstadt-Szenario, ein fantastisch verschlungenes Level-Konstrukt, in dem Überwachungskameras aus Mülleimern und Gebüschen hervorlugen und in dem sich jede Menge verdächtige Gestalten tummeln. Diese Spione haben unterschiedliche Tarnungen. Einige schneiden beispielsweise Hecken, andere reparieren Telefonmasten. Will Raz an ihnen vorbei, muss er dazu das passende Item im Gepäck haben und kleine Rätsel lösen. Das macht den Milchmann-Level zum Adventure-lastigsten Teil des gesamten Spiels und gilt als Paradebeispiel für die kreative Energie, die in Psychonauts geflossen ist. So schön und witzig das alles auch sein mag, hantiert Psychonauts aber auch mit ausgesprochen ernsten Themen. Wo seelische Wunden und Traumata für Lacher genutzt werden, kann der Schuss schnell nach hinten losgehen. Das wissen zum Glück auch die Entwickler, die deshalb hin und wieder auch mal ernstere Töne anstimmen. Im kreisbunden Trainingsparcours von Agentin Vodello herrscht beispielsweise ausgelassene Partystimmung. Doch wenn man an einer Stelle in einen unauffälligen Raum geht, findet man dort eine geheime Kammer. Darin hat die sonst so lebensfrohe Psychonautin ihre schmerzlichsten Erinnerungen verbannt, die sie hier als dunkle Wesen hinter Gittern darstellen. Ein Sinnbild für ihre inneren Dämonen, mit denen sie immer noch zu kämpfen hat. Praktisch alle Figuren tragen traurige Erinnerungen mit sich herum. Und wer solche herumflitzenden Tresore entdeckt, kann einen Blick auf sie werfen. Texte oder eine dramatische Musikuntermalung braucht es dazu nicht. Die anrührenden Geschichten werden einfach in kleinen, sehr schönen Zeichnung erzählt. Ein wirklich cleverer Kniffteentwickler. Die meiste Zeit über bleibt Psychonauts aber natürlich ein ausgesprochen buntes und heiteres Spiel. In allen Levels findet Raz zum Beispiel emotionales Gepäck, in Form von heulenden Koffern und Taschen, die man mit dem richtigen Anhänger einsammeln kann. Da ist dann von Ernsthaftigkeit keine Spur. Nebenbei sammelt Raz auch geistige Spinnweben und bunt schimmernde Gedankenfragmente ein, die in den Levels verteilt sind. Das alles ist zwar optional, hat aber tatsächlich einen Nutzen. Für gesammeltes Zeug steigt Raz nämlich mit der Zeit im Rang auf, dadurch vergrößert sich sein Lebensbalken und einige seiner Talente werden verbessert. Als Psychonauten-Kadett muss sich Raz seine mentalen Fähigkeiten allerdings erstmal verdienen. So lernt er mit der Zeit, Gegner in Brand zu setzen, Gegenstände zu verschieben, sich unsichtbar zu machen und sich durch die Augen von NPCs zu blicken oder auf einem leuchtenden Ball zu balancieren. Die Fähigkeiten darf man sich frei auf drei Aktionstasten verteilen, je nachdem was in dem Level gerade häufiger gebraucht wird. Während manche Fähigkeiten eher Gimmicks darstellen oder nur für Rätsel zum Einsatz kommen, ist der Sprungball praktisch im Dauereinsatz. Auch wenn die Steuerung hier öfter mal ganz schön schwammig ausfällt. Eben das ist auch eine Schattenseite des kreativen Level-Designs, denn so verschlungen und verschnörkelt manche Levels auch sein mögen, sind sie für das Jump-and-Run-lastige Gameplay oft erstaunlich ungeeignet. Von der Genauigkeit eines Mario oder Rayman kann Psychonauts da nur träumen. Man, hoffentlich fällt keinem das Feuer auf. Solche Kritikpunkte dürften vielleicht auch ein Grund dafür sein, warum sich Double Fine bis heute noch nicht an einen Remaster gewagt hat. Denn eigentlich würde sich das Spiel wunderbar dafür anbieten. Auf PS4 und Xbox One gibt's beispielsweise nur Portierungen der Ursprungsfassung, die für PS2, Xbox und Gamecube erschienen sind. Und die Nintendo Switch geht sogar komplett leer aus. Die aktuell beste Version von Psychonauts gibt's darum auf dem PC. Hier sieht das Spiel am schärfsten aus und mit den letzten Patches wurden doch endlich die Bildschirmanzeigen für moderne Gamepads angepasst. Die ziemlich matschigen Zwischensequenzen und das Interface werden auf Breitbildmonitoren zwar unschön gestreckt, doch das lässt sich mit der inoffiziellen Erweiterung Psychonauts Whitescreen Fix blitzschnell lösen. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und weil Psychonauts schon 15 Jahre auf dem Buckel hat, kann es auf modernen Windows-10-Rechnern natürlich noch zu Fehlern kommen. Wer beispielsweise Abstürze erlebt, sollte einfach mal den Kompatibilitätsmodus ausprobieren, den ihr mit einem Rechtsklick auf die Psychonauts-Exe unter Eigenschaften findet. Dort habe ich die Kompatibilität einfach auf Windows 98 gestellt, damit konnte ich's dann ohne Probleme durchspielen. Obwohl Psychonauts schon lange Kultstatus genießt, war eine Fortsetzung ewig nicht in Sicht. Erst 2017 gab's ein kleines Wiedersehen mit Raz, diesmal im VR-exklusiven Abenteuer Rombos of Ruin. Das Spiel war zwar insgesamt ganz nett und charmant, aber auch extrem kurz. Zum Glück wusste man damals aber schon, dass es eh nur die Brücke zu einem richtigen Psychonauts 2 schlagen soll. Das wurde nämlich schon 2016 mit einer Spendenaktion angekündigt und sollte eigentlich zwei Jahre später erscheinen. Daraus wurde natürlich nix, der geplante Release wurde mittlerweile auf das Jahr 2021 verschoben. Immerhin scheint sich die lange Warterei aber zu lohnen, denn was Double Fine bislang vom Spiel gezeigt hat, sieht wie eine mehr als würdige Fortsetzung aus, die alles mitzubringen scheint, was ein gutes Psychonauts ausmacht. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gespielt habt, könnt ihr euch Psychonauts für einen 10er nachkaufen. Oder aber ihr nehmt es einfach mal im nächsten Sale mit, da gibt's den Klassiker oft schon für 2 Euro. Und das sollte euch eines der kreativsten Action-Adventures aller Zeiten doch allemal wert sein. Was sind eure Erfahrungen mit Psychonauts, egal ob gut oder schlecht? Und was erhofft ihr euch vom Nachfolger? Schreibt mir eure Gedanken im Kommentarbereich und lasst uns auch gerne Feedback zum Video da. Wenn's euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like von euch. Noch mehr Infos zu Psychonauts und den Nachfolgern gibt's wie immer auf www.pcgames.de. Oh, so ist brav. Da ist ja das dumme Hirn. Hier, ein Taschentuch. Und? Willst du dich jetzt besser, kleiner? Ja? Fernsehen.